Ich würde euch gerne einladen, mich auf Twitch zu besuchen. Akku Power Twitch ist mein Name dort, Links dazu in der Videobeschreibung. Ja, kurze Zwischenbilanz. Ich streame zur Zeit nur noch einmal bis zweimal am Tag für jeweils eine Stunde, weil mir die Augen echt wehtun. Ich habe Kollenallergie, ich habe eine kleine Entzündung in den Augen. Bei mir geht das ca. 3-4 Wochen Anfang bzw. Ende Mai bis Ende Juni. Und in der Zeit bin ich halt ein bisschen eingeschränkt. Mir geht es echt nicht gut. Ich habe jetzt verschiedene Tabletten probiert, die einen haben nicht geholfen. Jetzt habe ich mir heute so andere Sorte geholt, die sind wohl ein bisschen anders und helfen dann eventuell. Muss ich gucken, wie ich das mache. Also seid mir nicht sauer, ich bin zur Zeit wirklich eingeschränkt. So, kurz mal aufpassen. Yo, ich habe den getroffen, aber nicht rausgenommen. Das Haus da mal wegballern. Damit die sich da nicht hinter verstecken können, die Gegner. Ja, das ist einer der schlechtesten Maps für Arthens. Ziemlich klein und unnütz. Keine Ahnung, warum ich jetzt diese Map gekriegt habe. Ich bin zu Ende. Ich bin zu Ende. Ich bin zu Ende. Ich bin zu Ende. Ah, da ist er kurz stehen geblieben und schon war Arschgatter angesagt. Ah, da ist er kurz stehen. Ah, da ist er kurz stehen geblieben und schon war Arschgatter angesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, da ist er kurz stehen geblieben und schon war Arschgatter angesagt. Jawohl! Ah, da ist er kurz stehen geblieben und schon war Arschgatter angesagt. Meine Güte, du, das kann doch nicht wahr sein. Leute, ich habe auch einen Kraftsportkanal, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Auf YouTube eingeben, Akko the Persian Killer. Schaut euch da mal die Kraftsportvideos an. So, eine Runde machen wir noch. Hier. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Komm, ich nehme mal den K91er. Einfach mal just for fun. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Hier die 1er-Linie muss gespottet werden für die TDs und für die AFI. Ansonsten werden die es schwer haben. Hier die 1er-Linie muss gespottet werden. Die 1er-Linie muss gespottet werden. Oh, wir haben nur 1 Panzer da, oder was? Oh. Ah, dieser Trick. Wo ich aus 5mm nicht treffe. War ein bisschen frech gewesen hier der AMIX. Ey, darf ich mal fragen warum vom Hill aus keinerlei Unterstützung kommt für mich? Alter, ohne Witz jetzt. Wieso ist keiner auf dem Hill? Absolut keinerlei Unterstützung. Jo, herzlichen Glückwunsch. Guck dir das mal an. Hier sind überall offene Ziele, aber es wird nicht auf die geschossen. Warum gammelt der Face-Wonder hinten, Alter? Was ist das? Lol. Lol, was ist das, Alter? Fahr doch mal mit. Brudi. Ey, wir hätten die Flanke so locker haben können, ne? Ich hatte schon alle Panzer gespottet. Hier war ein Leo PTA, hier 2 Panzer und da hinten einer. Wären jetzt genug Leute auf den Hill gefahren, hätten wir die Ecke schon längst weggepusht. Boah, ich habe in der kurzen Zeit, weil wegen viel DPM und so, fast 3000 kombiniert gemacht. Den Scout rausgenommen, 4-5 Panzer aufgemacht, aber kommt ja keine Unterstützung, ne? Weil es gammelt mal wieder alles links oder hier hinten wieder Face-Wonder. Naja, Leute, wir sehen uns auf Twitch. Akko-Power-Twitch. Vergesst nicht meinen Twitch-Kanal zu abonnieren, zu subben, zu followen. Ja, Akko-Power-Twitch, wir sehen uns.